Wenn zum Beispiel Brüder am Infostand oder sonstige stehen, dann kommen Leute und wollen sie attackieren, angreifen, natürlich haben sie das Selbstverteidigungsrecht. Aber da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, weil die Behörden sind immer neben den Ständen, die sind immer da. Brauchst du dir keine Sorgen zu machen?